Ich brauche Zeit, um das zu tun. Gewinne deinte Mutter. Ich werde euch nicht erneut enttäuschen. Die Herrin wird auf dieser Welt wandeln. Elias. Ich wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ihr seid ich will. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Wenn euch auf der kleinen Hütte bleiben sollen. Du, euer Ruhe, hart. Ich brauche euch. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgenen Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt. Ich sehe etwas. Blutblüten. Mephisto. Diablo. Baal. Die Zerstörung Sanktuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Nahum leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horatrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanktuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorat. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Elias. Wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Ich brauche Zeit, was sie tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Nach all den Jagen ist das alles, wozu ihr imstande sein. Ich brauche Zeit, das zu tun. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Warum stirbt dieser Bastard nicht? Wir können nicht einfach weiter so gegen ihn anreißen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung, würde ich nicht wahrscheinlich ab involv着hen. Wer W cetetige entsitterschuldig? Zeid erf Bounce zum W straightenen. In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. 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 Ihr habt ihre Segnung erhalten. Öffnet euer Herz. Akzeptiert eure Natur. Niemals. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Irgendwann werdet ihr aufstehen. Alter Mann, das tut mir immer schön. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Glaubt ihr, wenn ihr mich erneutend hütet, wird das Resultat anders ausfallen? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Ist er nicht stück? Unnatürlich. Er war Totengeschwörung am Werk. Wo hat er diese Macht gefunden? Sie führte mich zu einem alten Schlachtfeld, auf dem Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Nie wieder werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen sah ich eine neue Welt. Ein Paradies, in dem wir frei von der Tyrannei der Himmel und der Hölle leben können. Und in unserer Welt, wenn wir die Stärke haben, sie dazu zu machen. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Nach dem Auge Lorath. Es an euch zu nehmen, wird nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für das Zettel. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. 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 Hier ist es. Das verborgene Auge. Meschiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018